Ich hab bei mir auch nicht hier um halb elf, äh, halb ne, halb ne gebohrt. Hm. Elf wurdest du oder ich? Mhm. Ich. Wieso bin ich denn schon wieder Jason? They're here, Jason. Ich weiß nicht, ich mach's nicht. Ja, du bist halt der Horst. Ja, egal wie es lebt. So. Er legt bei euch auch so das Spiel. Nö. Ja. Musst du wohl ein bisschen warten. Hm. Musst du mal probieren, ob du beitreten kannst. Per Einladung. Ja. Oder über die Party kann's ja auch beitreten. Äh, ihr müsst mir sagen, wenn ihr das seid, ne? Ach, du bist das hier, ja? Ach, du bist das hier, ja? Aber dann lass ich dich erst mal. Dann lass ich dir erst mal. Äh. Kannst du mir bitte gefallen tun. Was? Was? Kannst du dich mal angucken. Wir sagen auch, ich war bei dir irgendwie lecker. Ja, ne. Weil mir hat das Spiel gerade irgendwie die ganze Zeit. Nö, du läufst ganz normal. Alles gut. Ey, Digga, bei mir hat das Spiel die ganze Zeit. Hm. Hm. Nö, wie gesagt, alles gut. Das ist halt immer schlimmer. Jetzt hab ich ein Lahn-Symbol. Oh, Digga, dein Internet kackt ab. Oh, Mann. Ich geh jetzt ganz woanders hin. Ich hab die Schnauze voll. Irgendeiner ist beim Auto. Fickt euch. Ihr betankt das nicht. Ja, er will's betanken. Verpiss dich, du ***. Er hat's betankt. Hat er doch nicht. Ha. Jetzt wirst du sterben, Freundchen. Das war dein Fehler. Hi. Ey. Warum hab ich ihn nicht gegriffen? Was soll das? Digga, du brauchst nicht wegrennen. Ich krieg dich sowieso. Denkst du, ich krieg das nicht mit, wa? Oh, dass dieser Jason so wenig fallen hat, ist abfuck. Der hat nen Taschenmesser auf einmal wetten. Ich schlag drauf, komm. Kann ich den mal umbringen? Was denn das für Bug? Jetzt nimm doch endlich. Stumm. Ist das irgendwo kaputt das Fenster? So, Kopf ab, du ***. Ahne, hast du schon irgendwann Fenster eingeschlagen? Null. Soll ich? Hau mich bitte kaputt. Hau mich bitte kaputt. Hier, 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 hier. Warte. Wir haben Taschenmesser. Och Junge. Warum sag ich, hau mich bitte kaputt. Okay. Okay. Okay, sei froh, äh, jetzt ist sie weg. Tschüss. Das ganze, dass du lach, das geht mir auf die Nerven. Hm. Ich weiß nicht, was da jetzt los war, ey. Ich mach was da essen. Ja. Ich wollte schon wieder so Salz. Mhm. Ja. Kill for mother. Kannst du mal Herd ab, oder was? Ey, Herd, du krassest dich. Ich hab so's, äh, lass dich abkratzen, Digga. Ich hab... tsch. Wie viel sind denn noch am Leben? Ich bin wieder am Leben. Ich bin's vor mir und bin in der Küche und krieg das mit. Pff, Digga. Sagt mal alle, wo ein Punkt ist, der sich nicht bewegt. Nee, ich verfolg' hier grad jemanden. Weiß Bescheid. Nintendo. Jetzt rennt die Bitch weg. Ich glaub, es hackt. Bleib stehen. Ich krieg dich sowieso. Komm mal her, Freundchen. Na? Zeit zu sterben. Komm. Vielleicht kann ich ein Fenster kaputt schließen. Probier ich jetzt aus, Mann. Bleib doch einfach stehen, Digga. Ich spring ins Wasser. Okay, dann hol ich dich dann gleich. Kannst du doch weißen Haie machen. Jojo. Lass dich sozusagen, muss ich von Chasen. Jo. Vielleicht sehe ich dich sogar gerade da rennen, bist du das? Ich weiß es nicht. Äh, egal. Achso, ne, dann ist es jemand anderes. Okay, gut zu wissen. Ich bin bei Fairview Marina. Der in Tommys Hütte ist? Ja, okay, dann bist du das. Dann geh ich jetzt als erst mal ins Wasser. Bist du oben? Ne, warte mal. Wo ist denn hier das Wasser? Ja, ich bin gerade. Ah, du wirst da irgendwo sein. Okay. Gehen wir mal einfach hier rein, komm, egal. Da bist du. Weißer Heil kommt. Mhm. Din, 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 din. Na Tommi, was geht? Tschüss. Und weg bin ich. Jep. Ja. Das ist doch so geil, Mann. Ah, und die Mutti wieder, that's my boy. Hey. Äh, wie viel leben denn noch? Keine Ahnung. Ich seh nur das, ich seh nur das Wasser. Mir werden nicht an der Zeit du gestorben. Okay. Ah, ich seh nicht. War auch mal ne Leiche. Äh. Na Bitch. 1, 2, 3, 4. vier stück sind noch da naja ich bin gerade noch ein hinterher die hat irgendwas fürs auto du wirst wir haben es bei freude wenn es noch nicht wisst beiden von christen kann man entschärfen aber auch so ein taschenmesser ich habe dabei gebraucht was ich sie ausgefunden habe tja wir haben uns ziemlich drüber aufgeregt das was erst so spät hinbekommen haben er von uns beiden hat sie rausgefunden ich hab's gesehen und gesagt hä wie geht das und dann ist das ein perk hat das bist du jetzt bin ich im kill mode story ja ich wünsche dir einen schönen tod das ist mein lieblingstod welcher war das jetzt erst erst den und dann noch so durchs messer ziehen ja da ist die mutti stolz so ist das na bitch bist schon wieder beim auto kannst du vergessen ne wer ist denn das hier doch das ist ja die olle jetzt wirst du sterben hi stirb tschüss bein ab und kopf ab der ist auch gut nix mit dem auto reparieren hier aber jetzt dürften ja nicht mehr viele leben oder keine ahnung ich stehe in der küche hm wo ist der andere horst ich sehe keinen scheiße der muss weiter weg sein ärgerlich ach wisst er was da bist du doch beim auto war mir klar na zeit zu sterben komm mal her ja die er geschlagen hat und nicht beschädigt ihr alter alles klar läuft so fräulein warum stehst du nur da mach was ja wie das ja genau mhm läuft wo bist du da hinten sind ja noch zwei und da waren es nur noch einer stirbt taschenmesser das kann nicht wahr sein dafür wirst du qual für sterben alter hier leute wenn sie sich aufregt nicht wundert die rächt sich öfters auf ja bei sowas ja taschenmesser gehen mir richtig gegen den strich das kann nicht wahr sein schau dass keine toilette in der nähe ist ich würd sie ertränken komm her im GTA ist ja nicht anders sehe sie auch sehr oft aus wenn sie gekinnt stimmt doch gar nicht ach da bin ich die ruhe in person nein mach er eins gegen eins was hat das jetzt damit zu tun komm ich probier's wenn du dich aufgerissen hey das kann nicht sein ey du willst du schon doof sein die haben noch ein taschenmesser die das kann ey da das meine ich das ist nicht ihr ernst aber wenn jetzt noch ein drittes taschenmesser hat rast sich richtig aus anne hau einfach drauf mhm besser ist das ja wie er sie nicht gegriffen hat das ist doch nicht wahr ach das spiel packt manchmal so ab mich hätte jason schon längst gegriffen ich krieg's nicht hin ist klar läuft jetzt hat die auch noch ne Basie alter mhm ich weiß dass du mich stun willst vergiss es Gandalf boah digga mach nicht meinen move das ist ja renn um die Couch alter wisst du was fick dich hier ich hab keine Wurfmesser mehr unglaublich ey ich renn sonst immer um die Couch verarsch mich nicht oh Junge das Fenster ich hab gleich Rage dann bist du fällig was los anne wirst du getreut ja die olle macht meinen move hier mit rumrennen aber ich hab sie mir jetzt gegriffen ha Kintaschenmesser mehr ist ja komisch ich hätte ihr das Bein abschlagen sollen hätte sie verdient gehabt die 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 nach ich weiss nicht wo du bist auf jeden Fall bist du nicht hin Und betankt? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch, wa? Mann, komm, ich hab dich Rage. Mann, wird voll. Los. Dann seh ich die Olle. Komm. Nicht fluchen. Ich fluch gar nicht. Nein. Hört sich nur so an. Und jetzt wüsste ich voll auf die Herrplatte fassen. Warum? Ich stand schon auf volle Bolle. Ich tu die Fahne runter. Und ich stehe da ungefähr ein Meter weg und sprüche von hier die Hitze. Also ich muss einmal drauf. Läuft bei dir. Das kann sein, dass ich wirklich wie im Spiel schreien werde. Das war so eine Art passiert, wo ich kleiner war. Hm. Muss ich noch schränke hochklettern, wenn ich einen Keller wollte. Fast vor auf die Herrplatte, die an war. Klug. Wie gesagt, ich war damals kleiner. Mhm. Jetzt, jetzt war ich da. Acht, neun ungefähr. War ich acht. Mein Rage-Symbol ist voll. Aber ich hab noch kein... Ah, jetzt krieg ich Rage. Alles klar. Läuft. Oh. Schade. Schade für den letzten Mal. Jetzt seh ich ihn, wo er ist. Jetzt krieg ich ihn was. Bist du dir sicher? Ja. Bist du dir sicher? Hat der, der hat sich nicht versteckt, Alter. Ich steh in der Küche, ich weiß es nicht. Ich, ich hab überlaufen. Ich hoffe, dass es nur alle hat. Ja. Jetzt gehe ich in den Wohnzimmer. Und... Er läuft mit der Axt rum. Also nicht versteckt. Das ist die Olle, die du meistens benutzt hast. Hm. Alles klar. Die sich jetzt so schnell befallen kann. Einmal... Jungs, die Olle, die auf Level 18 frei bekommt. Nimm die nicht. Bloß nicht. Tracen packt euch, ihr habt 100 pro verloren. Mit allen anderen Sachen, könnt ihr euch befreien. Und reparieren ist die Scheiße. Also zwei krasse Nachteile halt. Ah, dafür ist jetzt... Dafür ist jetzt schnell. Man hat gut ausdauer. Ja. Also wenn ihr so wegrennen wollt, so, dann läuft es gut. Ah, da in dem Haus bist du. Jetzt habe ich dich, Alter. Jetzt bist du fällig. Die ist wieder raus. Sie geht ins nächste Haus. Ich weiß. Ich hab's gesehen. Jetzt habe ich die Verfolgung aufgenommen. Wer ist so, Schläger? Oh. Und wieder die Axt. Kann sie nicht entscheiden, Mark? Die liegt... Die liegt hier bei... Die ist hier bei Chaves Leiche. Jaja, ich sehe sie. Hi. Na? Greif. Greif. Ja. Taschenmesser. Wollen wir wetten? War so klar. Bitch. Ich bring dich trotzdem um. Jaja, würde mich nicht wundern. Komm mal her, Fräulein. Komm, Beine ab, oder? Ja. Tschüss. Und der Bein fliegt Kilometer weit weg. So, Feierabend. Komm. Alles klar. Jo. Mach mal. Mach mal. Mommy has a reward for you. Come home, sweetie. Boah, das ist schon 21 Uhr, Alter. Ich muss mir mal was zu essen machen. Was ist denn da los? Ich bin grad am ersten Edge. Ich bin grad am ersten Edge. Näääh. Bis zum erstenEZ. Alles klar, das jetzt und es war schon immer los. Vielen Dank.